Die Mission Suche nach Terras von der zweiten Erweiterung, das Schicksal von Atlantis. Der Stab der Hermes hat sich zu mehr entwickelt, als es zunächst den Anschein hatte. Er führte Alexus, der nun der Hüter genannt wurde, zu Terras. Bisher jetzt noch ein zaghafter Einstieg zu der zweiten Erweiterung, bei der ersten Erweiterung, war das doch schon ein bisschen pompöser. Aber vielleicht kommt es ja noch, vielleicht kommt ja jetzt nochmal so ein richtiger Anstieg. Ich will aufhören, aber ich kann nicht. Nicht, bis du uns sagst, wo du die Symbole in Phidias Werkstatt gefunden hast. Oh Gott, jetzt haben wir bloß Zeit ablenken, angreifen oder nichts tun. Ablenken. Geht nachsehen. Wieso ist der jetzt einfach so zu Boden gesackt? Hä? Ist das ein Bug? Adler Mann, du wirst nicht glauben, wie erleichtert ich bin, dich zu sehen. Geht es dir gut? Es ist nichts im Vergleich zu dem, was sie Phidias antaten. Hast du es gehört? Ähm, erzähl mir von Phidias. Was ist mit Phidias geschehen? Ich kenne nur Gerüchte. Eine in Gold gewandete Frau kam in seine Werkstatt, folterte ihn, brach ihm die Hände. Sein Körper war zu zerschunden für ein richtiges Begräbnis. Alles wegen dieser Symbole. Symbole? Ich habe die Gräber von Agamemnon, Äthiokles und Orion erforscht. Ich bin ein Reisender wie du. Ich fand die Symbole und machte einen Abrieb auf Pergament, um ihnen Phidias zu schenken. Ähm, wo hast du die Symbole gefunden? Oh, war mal so. In Argoles findest du eines in Agamemnons Grab. In Äthiokles Grab in Attica habe ich noch eines gefunden. Das letzte fand ich in Bootien. Tief in Orions Grab. Oh ne, ich möchte nicht dahin wieder. Ich kann dich beschützen. Du musst einen sicheren Ort finden, Terras. Du kannst mit uns auf der Adrastea segeln. Ich würde ewig in deiner Schuld stehen. Nimm diese Karte. Sie ist ungenau. Meine Fähigkeiten sind bescheiden. Hier, Herr Adlermann, und vielen Dank. Neues Besatzungsmitglied. Also Terras ist jetzt mit an Bord. Wir haben eine Karte des Grabs und die Quest ist auch schon abgeschlossen. Suche nach Terras.